ich bin bereit und jetzt noch nein ich mache ich mache jetzt noch dicke dazwischen damit die schön im kettenwerk zur jahre aber auf der anderen seite noch ja ja ich mache alles ich nehme abstand hier müssen sich jetzt abstand hat funktioniert nein ich komme auch nein ich erinnere mich da kommt noch da kommen noch dinge nicht auf alles schießen nein auf den hinteren jetzt schießen ach nicht auf den hinteren eigentlich auf den hinteren schießen auf den hinteren session jetzt auf den vorderen schießen bitte schön jetzt warten bis wir drüben sind falscher nein doch fand ich die richtige hast du in deinem leben schon mal physik gehabt nö schieß auf den da nicht wirklich hast du wirklich keinen physikunterricht doch schon aber naja ach so ich verstehe er war halt da ich war nicht irgendwie er ist es wir hatten wir hatten mal physikunterricht keine ahnung die musik ist geil ist doch der wespen der der rummelflug ich weiß der wespenflug modi du musst mal hier bespritzen ich bespritze ich schieße hinter dir keine sorge alle wespen werden besaftet das muss ich nur noch schießen besaft ist dran nee nicht mehr schieß ich schieße zu spät so sehr schön kannst du mal die lese kaputt machen nein ich habe es gerade versucht ich weiß es nicht da ist gelb ich schieße auf gelb gelb ist richtig ich glaube jetzt kannst du drauf feuern wo sich drauf waren moment erst erst mal auf den auf dem ich stehe auf den unten schießt du bitte auf den ofen uha und jetzt auf den anderen funktioniert so fantastisch ich glaube du musst dasselbe machen nee du musst die brüche runter machen ich kann nicht oder kannst du hier hinschießen ich muss eine kettenreaktion machen moment ja dann drüben und dann eine reihe hinziehen sehr schön so hier die bridge ist down ich komme da muss ich glaube ich mal drauf das ist ein bisschen hoch ist das gras nee sieht mir so aus hier die hier haben wir so eine Rasse Tau ziehen wir können eine Tau ziehen machen ich springe gerade und was ist das hier ist das wir das squid game oder was dass wir das squid game spielen ja der verlierer stirbt zieht Cody in das Loch ok wie mach ich das mit eeeem eeeem eem ich hab einen schnellen finger verdammt ich hab einen wahnsinnig schnellen finger Und Toni macht das Abenteuer jetzt alle Hände weiter. Na komm, Revanche. 3, 2, 1. Mach die E-Taste kaputt. 3, 2, 1. Ich nicht. Verdammt. Na komm. Was hast du tun, geht damit echt kaputt, ey. Meine nicht. Au, es tut weh. Da komm. Ja da komm. Komm schon. Da komm. Da komm. Ich geh mal nicht auf. Geh rauf. Ich kann nicht mehr, ich geb auf. Au, das war schmerbshaft. Das ist eine Entscheidungsrunde. Nee. Nee, meine Hand ist schon kaputt. Danke. Oder was müssen wir machen? Oh. Hier müssen wir schießen. Hier. Na, können wir hier hoch? Na komm, hier. Modi. Komm schon. Hier. Ich bin fast da. Hier. Hier. Nein, ich springe. Oh schade, ich kann den Bein nicht kaputt machen. Jetzt schieß endlich. Oh, schöne Aussicht. Oh, Mann. Meine Hände sind weh. Nee, deine Hand tut weh. Auch. Ich habe ein Kohlbein. Ich habe zwei. Was, wenn wir hier drin sind? Oh, so drin sind. Du wirst das nicht wissen. Wir kommen nach Rose und brechen die Schmerzen. Ich kann nicht nach links und nicht nach rechts. So ein Mist. Ich kann hier nicht von der Brücke springen, Modi. Das ist unmöglich. Ich springe und ich renne. Es ist unmöglich von der Brücke zu springen. Guck mal. Das ist unmöglich. Entschuldigung, ich grinde gerade. Oh. Achterbahn. Warte, ich komme mal. Au. Äh, ich kann nicht da rein springen. Ja, weil du hier langgrinden sollst. Ähm. Ach so, hier. F. Oha. Woher gehen diese Träume sogar? Wir gehen dann rein? Los, los! Los! Was für minha mina denn? Die Baummine. Oha. Gute Arbeit. Ich bin schon fast durch. Du stirbst auch noch. Nein. Gut, ich mach mir also erstmal was zu essen in der Zeit. Nö. Offenbar schon. Ähm. Gut, drei Gänge Menü also. Ich bin schon da. Auf geht's. Hat der Schuss gerade ernst gemeint? Was für ein Schuss? Dass du gerade voll daneben geschossen hast. Ich frag mich wann der nächste Ostkampf kommt. Der kommt erst am Ende. Das geht noch eine Weile hier. Kannst du mal vielleicht hier rauf schießen? Auf das große Runde Link dort. Nö. Warum? Das könnte ja wenn du was auslösen. Macht doch keinen Sinn. Auf die Mitte würde ich sagen. Ne, ich muss erstmal hier bis es sich komplett gedreht hat. Aha. Bis nach unten. Dann musst du das untere abschießen. Dann schieße ich aufs obere. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Doch. Auch Bienen. Auch Bienen. Äh, Wespen. Wespen. Zack. Nein. Na komm. Ich kann nicht zielen. Ups. Und. Wir kommen. Hier. Cody. Feuer. Oh scheiße. Wird angegriffen. Nein, wirst du nicht. Oh. Oh. Ich kann nicht zielen. So. Hier weiter. Nein. Nicht schießen. Doch. Ich warte bloß ein bisschen. Nicht schießen. Ich warte. Moment. Ich hab gesagt nicht schießen. Gab's immer noch im Visier. Lol. Kammerkannen. Wer ist denn das? Was will der? Bosskampf. Schildwespe. Du musst sie anschießen. Bespritzi. Ich versuch's. Ja. Ich treff sie nicht. Dann ziel auch mal drauf. Ja. Sagt der ihm, der sie nicht bespritzt haben können. Ja. Der ganze Rücken ist. Der ganze Rücken ist voll die Liebligen. Oh scheiße. Und nicht tot. Viel mehr kann ich auch nicht tun. Ne, will ich nicht. Ist egal. Weil ich nicht sterben will. Stammt. Ne, komm. Ne, komm. Ne, komm. Gute Arbeiter. Das wär schön. Das hat dir nicht viel gebracht. Warte doch mal bis sie ganz voll ist. Uah. Ausgewichen. Die hat nicht ein Stück Kuh nicht dran. Ich muss aber erst mal warten. So. Jetzt. Auf die falsche Seite. Ich schieß aufs Schild. Siehst du? Ja. Einfach mal anfangen gut zu spielen. Dann spielst du auch gut. Ne, ne, ne. Wir haben es ja geschafft. Ja, geschafft. Ja, geschafft. Die hat nicht so gut. Die hat nicht so gut gemacht. Das ist ja so gut. Warum haben wir das nicht? Wir sind alle für das, Supreme Wasp Queen. Search harder. Bring sie mir. Die sind tot oder alive. Ja, Supreme Queen! Supreme Queen! Eine schreckliche König. Es ist nur ein Schwirr in einem Robot. Ja, ein sehr großer Robot. Er versucht uns zu töten. Du weißt, vielleicht sollten wir einfach zurückziehen. In dem Moment! Nein, nein, nein. Es taucht immer in den unfassendsten Momenten auf. Ich denke, du bist Angst, wie zwei kleine Tickets. Nein, 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 nein. Ich denke, du bist eine Simone-Posent. Prepariert für die Mission. Ja, genau. Preparation ist wichtig. Aber, remember, collaboration ist auch wichtig. Das ist eine sehr gefährlich Operation. Danke für uns zu erzählen. Du bist willkommen, ey? Hey, gott es! Bär, 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 bär! Du bist fertig? Nein. Bär, 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 bär! Oh, was, 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 was? Ich hätte nicht mal andere Seiten und du. Wie konnte sich das überhaupt einmal verkaufen? Ach nein, die... Ach nein, unsere Tochter hat ja Müll gefunden. Tja. Es lag nicht ohne Grund, der Müll. Ja, es hat wahrscheinlich genau dieselbe Scheiße es schon mal mit anderen gemacht. Also ich finde, wenn wir hier raus sind, sollten wir A, den, 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 den Baum verbrennen. Und wir sollten das Buch... Und B, den Autor verklagen. Und das Buch verbrennen. Das Buch sollten wir auch verbrennen. Nicht wieder in die Tonne werfen, sondern das, äh, verbrennen. Ich bin dafür, dass wir den Autor verklagen. Einfach so. Das auch. Hm, studierst du ein bisschen. Okay. Ow. Äh, du musst die mal ein bisschen schießen. Ich hab gewächsen. Schieß einfach hier drauf, dann haben wir alles erledigt. Ow. Ich hab gemaden. Oh, du kannst die auch wie Creeper töten. Ja, aber dann töten die mich. Dö. Ow. Kannst die mal voll spritzen? Ich bin tot. Ich seh's. Und dich gleich auch. Hier ist noch ne Wabe. Warte, komm mal hier rüber. Oh. Anwesend. Oh. Die sind despawned. Hier geht's weiter. Oh. Ich glaub, die musst du erschweren. Die musst du erst mal schwer machen. Moment. Mach die Felsen kaputt. Geht nicht. Aber musst du nicht schwer machen. Nö. Die sind ja auch nicht gelb. Tatsachen. Oh, ja, 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 ja. Ich glaub, das gilt jetzt schon als rassistisch, was du gerade gemacht hast. Wie, was? Ein Tatsachen nachgemacht. Ja, ich glaub, das gilt mittlerweile als rassistisch. Ach. Drauf geschissen. Ey, ich werd hier angegriffen. Kannst du mal... Statt ne Rassismusdebatte zu führen. Nein, das ist Twitter. Oh, nein. Nein, das ist nicht. Das ist Twitch. Scheiße, mach ich kein Form. Was mach ich hier? Ups. So, jetzt das Glas zerstören. Nö. Eichel-Marmelade? Äh, ich bin gestorben. Oh Gott. Ich bin in das einzige Loch gefallen, was es hier gibt. Hab ich auch schon. Warum klingt der Begriff Eichel-Marmelade so dermaßen falsch? Tja, klingt hier überhaupt irgendwas richtig? Ich glaub, wir müssen da rüber. Ja, sogar hier wird gelacht. Im Hintergrund. Wir müssen, sorry. Wir müssen hier rüber. Äh, wir müssen übers Glas. So. Kannst du mal die Eichel-Marmelade zerstören? Ich kann versuchen... Ich kann versuchen, meinen Saft auf die Eichel-Marmelade zu feuern. Na, bringt nichts. Ah, danke! Tja. Ich lach darüber mehr als ich sollte. Ja. Ja. Wir sind drei erwachsene Männer. Muss nix heißen. Muss nix heißen. Scheiße, ich komm da nicht rüber. Oh nein. Ne dicke Biene. Spritze an. Ich bin hier. Zack. Nächste Voskam. Die ist schon ganz klebrig. Machst du klebrig. Spritze voll. Verdammt. Hab dich. Die Hilft haben wir schon. Ich bin tot. Alles gut. Einfach E-Hämmer. Wie beim Kauziehen. Also komm. Wir kommen. Jetzt. Und weiter. Weiter spritzen. Ich habe sie nicht im Visier. So. Noch ein bisschen. Oh nein, sie ist hinter mir. Weg ist sie. So, jetzt müssen wir da rüber. Der nachts am Springen. Sagt er. Hammer. Oh, ich glaube, ich kann auf die Gläser rauf springen. Ja. Ich bin die letzte Stunde weiter. Ja, mach das. Du wirst dich irgendwann brauchen. Ja, ich komme da an. Irgendwann. Ja. Ich muss ein bisschen springen üben. Ja. Ich komme. Nein. Doch. Die kannst du nur. Gibt es einen Selbstauslöser? Können wir da... Andere Seite. Ähm, gut, abbrechen. Ähm... Hier, auf der Seite. Ja. All right, there he goes. Ich habe gerade schon drei Bilder geschossen. Na, jetzt... Warte mal eben noch. Äh, warte mal eben noch. Das wir... Du kannst die... Quelle wechseln. Scheiße. Ich wusste, dass das passiert. Man kommt, stell dich dazu. Oh, man kann sich's wirklich angucken. Lol. Ne, das nicht. Wir haben drei Bilder. Das ist schlecht. Das sind nur beide drauf. Das ist gut. So, die Kulisse wechseln. Komm, mach selbst Auslöser. Das ist gut. Ich muss auf die Seite. Komm, mit dazu. Hänglich ein Baum. Find ich großartig. Ne, das sollte nicht übergeben. Verdammt. Ha, das ist falsch, überklebt. Ha, ja. Moment, ich will mal was probieren. Oh, außerdem will ich mir das kurz angucken. Wie du drauf... ...zusehen bist, falls überhaupt. Well, schau an das. Hm, nee. Du bist nicht gesehen. Ich möchte aber mal was ausprobieren, Moment. Na, komm. Der Hintern drauf, oder was? Ja. Ich will wissen, ob das geht, oder ob es einfach das wegblört. Es scheint zu gehen. Aha, sehr schön. Nice shot. Das ist gut. Guck, wird auch noch drauf. Das ist gut, das behalten wir. Ich meine, du kannst screenshotten. Wenn du willst. Na komm, lass mal gucken. Ha, ich sehe es schon von hier. Auch gut. Screenshot. Sehr schön. Bringt leider nicht viel mit dem Split Screen. Ja, gut. Vielleicht können wir... Warte, haben wir beide Bilder? Können wir hier... Hast du beide Bilder aufgehängt nebeneinander? Ja, hast du beide aufgehängt? Schau dir mal das eine an. Nice shot. Mhm. Nicht schlecht. Warte. Erledigt. Sehr schön. Ups. Man sollte Spielern keine Kamera geben. Genauso wenig wie ein Fotomodus. Mhm. Was glaubst du, wie viele Arschbilder ich in Cyberpunk gemacht hab? Hier sind andere Bilder. Und hier die Arena. Bosskampf. Boss Arena. Ja komm, mach die breit zum Spritzen. Oh nein, ein Schwarm. Oh scheiße. Ein Hammer? Ich hab mich. Äh, ich bin tot. Wie ist das physikalisch überhaupt möglich? Keine Ahnung. Ja, ich bin tot. Ha, ha, ha! They call me the Exterminator! They really don't! Jesus. Das istflows,이스. 1 M03-9メートwo. Äh, ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt uh. 3 M03-9? Untertitelung des ZDF, 2020